haha ja 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 mh mh ne gibt nichts neues es hat geschneit und im supermarkt hier an der kasse haben jetzt auch ne maske auf hm na bis morgen ja ja bis morgen tschüss küsschen 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 ich sollte mich mal um horoskope kümmern wenn wir nämlich eines tages wieder alle um einen tisch rum sitzen können so mit maske und ohne maske oder mit maske dann sind wir am besten darauf vorbereitet mit wem wir dort sitzen entweder mit freunden oder nicht freunden dafür frage ich jetzt mal alle aus meinem telefonbuch wann sie gewurzstag haben so ne sms für alle signal dann denken die zwar sie würden was zum geburtstag kriegen kriegen sie aber nicht und ich kaufe mir ein buch und studiere die astrologie und dann weiß ich nämlich beim nächsten mal wenn wir alle wieder hier um den tisch sitzen mit wem ich zu tun habe und wie ich dann damit umgehen muss ohne mich zu blamieren oder mich beleidigen das kann ich nämlich dann gut zurück geben ich weiß wann ich den raum verlassen sollte und ich weiß wie ich den ein oder anderen endlich mal richtig in die pfanne hauen kann dann